Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. So Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Runde. Doom. Ja, wir sind gleich in der Lobby drin geblieben, auch wenn es jetzt nicht gerade so geil abgegangen ist. Aber jetzt zocken wir Team Deathmatch. Und ja, hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen besser abgeht. Ja, mit den Waffen komme ich noch nicht so ganz klar. Das liegt wohl auch daran, dass... Ja. Ich bleib bei dem hier und fertig. 5, 4, 3, 2, 1, ab geht er. Ich weiß nicht mal, wo es hier lang geht. Ich renne einfach mal querbeet jetzt durch. 1, 2, 1, ab geht er. Erster Kill. Was? So. Wenigstens ein Mal, ne? Aha, das ist jetzt das andere Maschinengewehr. Ja. Jawoll. Danke. Ja, na gut, na gut, na gut. Das ist okay. Ich behalte mal das hier, das ist eigentlich ziemlich cool. was ich doch gerne mal wissen würde da sehen wir tode kills dämon und so ich will doch gerne mal wissen würde wer ich will aber kein dämon sein ja ich habe ich noch gerade so gekriegt ich bin aufgestiegen also die waffe finde ich ganz gut die plasma waffe weil die geht eigentlich ganz gut ab hier stirbt doch nicht okay ja die laserwaffe finde ich eigentlich ganz cool da ist jetzt nicht gedacht ja ja wo ist eigentlich in nahe kampf wow alter was denn mit dir passiert dämonenbesessenheit beendet jawoll jawoll ah man gut gut aaaah schnell weg 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 nein diese steuerung die macht mich noch fertig gibt es doch so komische portal und so weiß gar nicht wo man da hinkommt das ist alles noch sehr verwirrend muss man mal so ehrlich sagen nein oh mann wo taucht die auf dämonenruhne aufgetaucht hier habe ich bin es auch eingetötet nein natürlich nicht was ist denn dass sie schnell weg alter was soll denn die scheiße auf halbem weg zur niederlage spaßbremse ja ist ja okay nein ich bin dort so macht sie als arena shooter eigentlich ganz gut lang es ist mir egal ob ich dagegen gewinnen jawoll was wo war Na klar, noch fünf Kills, ey. Was geht denn? Das war irgendwie voll unfair. Also das muss ich jetzt mal sagen. Das war richtig unfair. Der Gegner hat das Punkte-Limit erreicht. Klare Niederlage. Klare Niederlage, von wegen. Das war ganz knapp. Ja. Wie sind wir? Haben wir sich abgeschnitten? Sieht man eigentlich so gar nicht, ne? Wenn ich jetzt drauf drücke. Nein, sieht man nicht. Da muss ich dann mal gucken. Jetzt lädt es erst nochmal. Endergebnis. 12 Kills, 18 Tore. Naja. Na, das kennt man nicht anders davon. Also Leute, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Und tschüss.